Guten Abend, ich wollte mich, wie ihr an meiner Stimme schon mitkriegt, das ist irgendwie auch ganz schön, komische Qualität, gerade egal, wie ihr an meiner Stimme gerade schon mitkriegt, es war ein sehr anstrengender Tag heute, ich habe leider vergessen zu filmen, weil von der Kamera selber war das Akku kurioserweise leer, ab wo ich das geladen habe, also es war die ganze Zeit dran und normalerweise ist ja so, man steckt den Stecker dran, dann fängt die Lampe anzuleuchten und wenn die Lampe aussieht, ist das Akku voll, so war es auch eigentlich, das Akku war also meines Anachtens noch voll, ich mache die Kamera an, was passiert, das Display geht kurz an, ich klappe das Display hoch und was passiert, die Kamera geht wieder aus, wo ich denke, das mache ich nochmal und dann sehe ich oben in der Ecke das blöde Symbol vom Akku leuchten, Entschuldigung, es wackelt gerade alles ein bisschen, wie gesagt, die Qualität ist gerade ein bisschen schlecht, aber es wackelt halt und es leuchtet halt rot, keine Ahnung, ja, war das Akku halt leer, da konnte ich heute halt auch nicht so filmen, wie ich eigentlich wollte, deswegen wollte ich euch jetzt einfach nur nochmal so wie sagen, entschuldigt mich dafür, dass ich das vergessen habe, also nicht vergessen habe, sondern es ist heute einfach irgendwie geklappt und mit dem Handy konnte ich dann auch nicht filmen und ja, war halt halt auch ein bisschen stressig, wie ihr ja gestern, wenn ihr mir auf Instagram folgt, i24, wie ihr ja auf Instagram gesehen habt oder ich glaube auch auf dem YouTube-Kanal, wir waren mal kurz live, musste ich aber leider löschen kann, wegen der Musikprobleme, äh, ja, wir sehen uns morgen, sorry nochmal! Bis zum nächsten Mal!